Datenmissbrauch durch Unternehmen, fehlende Datensicherheit im Internet, das waren die Stichworte, die Verbraucherinnen und Verbraucher in den letzten Jahren verunsichert haben. Es gibt tagtägliche Meldungen zu gestohlenen Identitäten, gehackten Passwörtern oder Pishing-Attacken. All das verunsichert uns. Und das hat auch gerade eine repräsentative Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes ergeben. Die Ergebnisse stellen wir auf der Online-Veranstaltung IT-Sicherheit im Verbraucheralltag stärken vor. Digitale Produkte und Systeme werden immer komplexer, sodass viele Menschen sie kaum noch verstehen. Das kann auch aus Verbrauchersicht nicht unser Anspruch sein. Daher ist eine sichere und datenschutzfreundliche Technikgestaltung ausgesprochen wichtig. Produkte und Dienste müssen von Anfang an ein hohes Maß an technischer Sicherheit, Stichwort Security by Design, oder datenschutzfreundlicher Voreinstellung aufweisen. Hier geht es um Security by Default. Das sind die Gründe, warum sich der Verbraucherzentrale Bundesverband mit Ihnen über IT-Sicherheit im Alltag, im Verbraucheralltag diskutieren möchte. Und warum wir uns als Vertreter der Zivilgesellschaft an dem nationalen Pakt für Cybersecurity der Bundesregierung beteiligen. Mit dem Pakt wollen sich relevante Akteure aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und Zivilgesellschaft vernetzen und zu einem höheren, zu einem besseren IT-Sicherheitsniveau in Deutschland beitragen.